so einen wunderschönen guten morgen hier am sonntag hier aus komplett heute drehen wir ein video zum thema hyundai tusson hirsch edition bis zum nächsten Mal vielen dank an das autohaus hirsch die testfahrt die wir mit dem auto machen dürfen wir machen viele interessieren sich vielleicht für ein video wie wir die autos testen und viele für die ganze entwicklung für die umbauten und so weiter machen extra video extra video machen wir studieren wie das auto aussehen würde macht unglaublich viel spaß mit euch ich lese mir immer noch die kommentare wie am ersten tag durch und versuche viele zu beantworten natürlich das video von bmw m4 da waren glaube ich 1100 kommentare das ist ein bisschen zu viel da habe ich nicht alle geschafft zu lesen auch nicht zu an beantworten das ist zu viel so jetzt fahren wir den hyundai tucson hyundai serienauto sehr schön sehr schön auch die farbe sehr schön ja nur ich hätte die räder ein bisschen größer gemacht alles elektrisch rückwärtskamera nicht rückwärtskamera wirklich super ausstattung für unter 40.000 euro klar ein batzen geld ja keine frage nur viel auto und viele ausstattung wirklich viel ausstattung und das auto fährt sich nicht schlecht das hätte ich vor einem jahr nicht gedacht da sage ich bei jedem hinter modell weil ich bin eigentlich sehr 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 überrascht von der marke sehr überrascht hatte ich nie gedacht wo wir schon alles geordnet ist ich meine ehrlich das haben die die großen deutschen hersteller auch ja also ich vermisse an dem auto nichts was ich sag mal ein deutscher hersteller hat ja mal jetzt also wirklich wirklich toll jetzt nur vielleicht als led gemacht ja aber hier zum beispiel leisten sind schwarz ja also wirklich sehr schön wie gesagt die version ist die n line ja es gibt ja keine version davon lenkrad rotenete alcantara wirklich 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 tolles auto also ich weiß nicht was ich vermissen sollte für den alltag was er nicht hat also ein lenktrad ist sehr schön dass das ganze lenktrad aus leder ist nicht sehr schön sehr sportliche look auch das klimapanel ist sehr einfach und sehr 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 strukturiert gehalten designtechnisch sehr schön auch hier sieht man zum beispiel ob die hinteren personen angeschnallt sind wenn man kinder hat finde ich das wirklich sehr sinnvoll unter der klimatronik haben wir sitzheizung lenkrad heizung front und heckscheibe beheizbar was ich natürlich bei so einem auto sehr schön finde und sehr wichtig auch der schaltknopf mit der roten linie in der mitte sehr schön abgesetzt auch hier in leder und rote naht hier das ist zum beispiel ein sehr schöner platz für ein handy und dann wird automatisch aufgeladen finde ich richtig cool ja das handy passt richtig gut rein was auch cool ist dass er nie so schnickschnacki hat jalousien oder öffnungen oder sowas ja also wirklich sehr praktisch gemacht schlüsselt oder was auch immer getränke ja ist je weniger das auto hat oder einfacher gebaut ist desto weniger kann er kaputt gehen hier zum beispiel knopf finde ich cool sehr schön klar haben andere autos auch das ist jetzt nicht wo der belzig ist begeistert von einem handyladegerät ich bin begeistert von dem auto mit dem ladegerät hier alles drin elektrische scheiben vorne hinten überall spiegelelektrisch alle assistenten was man braucht lenkrad richtig schön hier ganz 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 dickes lenkrad richtig richtig rückwärtskamera schwarzer himmel serienmäßig bin ich richtig cool was ich nicht mag das hat aber nichts mit hühnerstun oder was ich mag allgemein autos nicht so wirklich die die navigationsgeräte oder systeme haben wir jetzt hier wie so ein ipad ja ich mag das nicht das ist meine persönliche meinung ja ist sehr sauber und qualitativ gut verarbeitet aber ich mag autos wo quasi navigationssystem quasi integriert ist mit dem tacho oder mit dem armaturenberg zusammen was ich auch mag ist der große dachspoiler finde ich sehr schön gemacht dass er schon wuchtig ist für das auto sehr schön bei den felgen was ich schade finde dass die quasi in diese fahrtrichtung hier verdreht sind ja aber auf der anderen seite sind die quasi in eine andere richtung hier die ist die andere seite der felgen man sieht die verlaufen quasi rückwärts ich mag wenn das schon alles so mit dem tacho eingebaut ist und so weiter ach so du meinst so aufgesteckt das muss kein digital sein oder so aber das so ein bisschen schön alles ein plus hat ja wir haben sehr viele projekte mit jp performance haben wir ich glaube dass das video kommt hier bevor das andere video kommt deswegen darf ich nicht sagen was das für ein auto ist aber bis jetzt habe ich glaube in drei videos gesagt und niemand hat es erraten was das nächste projekte ist ja es wird breit definitiv ein body ich meine wild body könig baut du ein bodys nicht nur in der zukunft machen wir nicht nur weil ich war auch kleine litten und so weiter auch bei dem i3 jen auch hier du schon ich werde das auto einscannen falls da anfragen kommen werden wir was das was wir auch hier studie zeigen baum schönes auto hast du gesehen der guckt auch hat ihm auch gefallen ist doch gut für ein alltagsauto für eine normale familie mit zwei kindern perfekt das auto finde ich auch der kofferraum bietet genug platz wird man sagen für die ganze familie also ein kleiner familien suv so würde ich den tussern bezeichnen wir die frontscheine verfindet sehr schön ich finde die sind sehr klar und schön strukturiert tagfahrleuchten von der form gar nicht so schlecht wenn das auto fährt ist das wirklich sehr sehr schön also sehr schöne sportliche optik lautstärke ist okay der ist die familie nicht wir haben die hr fehler eingebaut und deswegen ist er so ein bisschen bisschen härter als serienmäßig werden ja andere leder auch verbauen und so weiter ja mal schauen was wir aus dem auto machen die materiale in meinem auto fühlen sich gut an ja ist als kultstoff aber es fühlt sich weich an also was ich noch nicht die türklinke er ist nicht gut gebaut also von der form her zweitens sind die nicht silber wie bei den meisten schon so ist eine farbe gang mit ja irgendwie sowas würde ich sagen aber das ist so ein kleines detail was man überall machen kann oder ist jetzt nicht kostenaufwand oder so ich glaube schon in krumm beschichtung kostet auge also ja ok da hast du recht ja da gebe ich dir recht hier augs usb zigarettenanzünder zwei stück vorne also sehr übersichtlich das auto sehr einfach zu fahren es gibt autos ist es nicht sein und dann geht es ja hier nicht ja hier ist die matronik hier ist das hier das alles geordnet auf wiedersehen ja wo ich gelost war auch nicht zu viele knöpfe ist ja auch hoffen okay dass das lenker ist natürlich das sind sehr viele knöpfe aber ist natürlich auf lenker fließ okay wenn ich hier suche und mich nicht auf die straße konzentrieren ja das natürlich nicht mehr so praktisch ich fahre wirklich sehr viele verschiedene autos ja und ich muss einsagen ich setze mich in ein auto rein und entweder es ist einfach oder ich suche ja hier muss ich gar nichts suchen ich wusste alles was da ist auch hier ich habe meine hand quasi so diese anländer hier schön ja auch meine hand liegt schon fast auf dem knüpfen und das ist genau wie eine super winkel hier dass er nicht zu steil ist oder zu gerade oder oder was auch immer ja also finde ich sehr sehr schön durchdacht das auto also wirklich die leute der designer das ganze team vom hünder hatte wirklich eine super leistung erbracht dass der wagen das nicht hat was ich eigentlich bei fast allen autos darauf achte dass sie das haben aber nie benutze das ist wirklich phänomen ist ich glaube kannst du bestellen bei hünder nur er hat das nicht und ich bestelle das ich weiß nicht wieso bei jedem auto ich glaube das ist liegt daran dass er wiederverkauf bei einem auto mit glas nach höher ist nein wirklich im großen ganzen geiles auto komprimente nochmal und jetzt fahren wir zurück bei uns in die firma in meine zentrale und was machen wir da eine studie studie für den hünder dusso und bis zum nächsten mal tschüss so 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 so